Musik Yo Leute, ich bin's wieder, Markus von Lappen.GV Wir spielen heute wieder Minecraft Ticket Lite zusammen mit den zwei Lappen Jojo Leute, ich bin's, der Sven Ja, Gott sei Dank funktioniert das selber wieder, Alter Das war jetzt ein Hickhack der letzten... ...Spaidhafen? Ja, weil wir sind grad dabei, von der alten Query die unendliche Wasserquelle wegzumachen und ihr könnt euch denken, dass so ein paar Millionen Blöcke Wasser ein bisschen für Lex sorgen, wenn man die abbaut Ja, beziehungsweise einfach den Server abschießen Ja, vielleicht sollten wir uns da für die nächste eine andere Lösung überlegen und vielleicht kein Wasser draufsetzen sondern die laufen lassen und wenn sie stehen bleibt wir müssen es halt immer wieder mal kontrollieren, ob sie weiterarbeiten und wenn sie dann stehen bleibt, dann müssen wir halt, ähm Wasser über den Lavasee kippen, damit sie weiterarbeiten Genau, irgend sowas, weil das können wir noch nicht noch einmal ausprobieren So hier eine Variante Bisschen unproduktiv Wir packen mal die Query und den letzten Landmark noch ins System rein Bei zwei Landmarks habe ich ja schon hingestellt Wir finden ja nur noch der letzte So, ich geh mal zum Maya Temple und mach da wieder ein bisschen weiter mit Markus Ja, genau, Markus, nennen wir auf und ich mache unseren Keller mal ein bisschen für das nächste, was ich vorhabe Größer Bin direkt über dir Aber ich wollte eine Säge holen Na gut, wir haben jetzt noch ein paar Diamanten Da, so ein paar Cover Aber kein Kabel, ne? Ich muss kein Kabel dabei sein, schau Aber ich schalte mal die Ding aus, äh Die was? Äh, wie kann ich die am besten abnehmen? Äh, leg dich mal bitte alle Und dann haben wir wieder Schrauben Nein, lass den doch Ja, wobei, wir haben schon so viel Ganz einfach Zumindest ins Grab abzwecken, ne? Ja, aber ne, dass wir irgendwo sind die Luftjahre, deswegen Äh, mach gar nichts Übernehmen das So, seid ihr wieder hier? Ihr habt ihr in die Luft gejagt Ja, das, das möchte ich nicht Bis wir wieder zwei Stunden lang rumdockt haben, bis wir alles wieder Fahr auf Fahr umgestellt haben Selber Schulter, mag ich sagen Nein Ihr macht ja alles kaputt So, ich habe jetzt mal nur den Scrap-Produzierer ausgeschaltet Nein, der produziert noch Nein, der produziert nur noch seinen Rest weg Aus Gut Der ist jetzt aus Und der misst Der kriegt noch Strom Ist das okay so? Nein, der kriegt keinen Strom Oder? Ja, stimmt Der kriegt auch keinen Strom mehr Ist das okay so? Oder soll der weiterlaufen, die Rechte? Der soll eigentlich weiterproduzieren Wir haben ja genug Scrap, dass wir mal um Scrap runterkommen Gut Dann brauche ich noch einen Block dazwischen hier Au Äh, dann muss ich's so machen Müsste der hier nichts mehr kriegen? Das Ding wird hier eh demnächst abgebaut Der ist wenn wir hier hüben Und der andere baut jetzt den Scrap weiter ab, ja Hast wird abgebaut? Das hier hüben alles Warum? Weil das hierher verlegt wird Das wird jetzt umprokturiert Nein, wir lassen das da Ja, wir werden anfangen Bis ich hier fertig bin mit dem Umbauen Schau mal, hier ist Copper Ja, ja Ja, warum baust du das nicht ab? Ich muss das eh noch größer machen Ich muss ja erstmal überlegen, wie groß ich das bauche So, das Copper, das werde ich jetzt ins System und dann werde ich verarbeitet Ist das geil, oder? Oh, wir haben 14.000 Scrap Ja, siehste, bisschen Scrap kann man abbauen Das hat nicht gemacht, ey Hat gelappen Was? Wer hat was gemacht? Ich ja nicht, das war ich da drüben nichts baue Was hab ich denn gebaut? Ich verstehe leider nicht, was ich von mir will Einen Grundriss hattest du gemacht Mit mir zusammen, ich habe ihn nur hochgezogen Das haben wir übrigens in der letzten Folge zusammen gemacht Eben, wir haben es auf Video Ja, es hab ich auf Video Und es ist auf YouTube Hallo YouTube Ja, wir haben jetzt fast 240 Abonnenten Ich hab fast 240 Abonnenten, aber ich brauch Fackel Hallo Markus Wie oft baust'n du das noch? Äh, so hoch alles Das taugt das nix Das muss drücken mir im Gesicht Ne, das finde ich jetzt nicht so toll Das war auch alles, das war auch nicht das Das war eine Steinstufe Das war wirklich deine Steinstufe, ne? Ey, ich hab doch noch so Cobblestone-Dinger Ach, die werfe ich jetzt glaub ich mein Feuer, bevor ich die irgendwo hinbaue noch Böhm, Böhm Was geht das nicht hin? Böhm, Böhm Ich muss ca. sein als auch Böhm, Böhm, Böhm bei dir auch so nach jedem Tag musst du wieder wechseln die Götzahrein die Götze sagt hat die Schraubt die Zauberin der Inventaner ist der auf Platz 4 und 5 immer wenn ich geklickt habe und ein Block gesetzt hat einfach wieder Position gewechselt und ich muss wieder Position wechseln was für die Fahrt schließlich am Platz freuen so, wieviel? so, wieviel? weißt du? 17 Futur ah, 17 du hast gefragt, wieviel? ach so 42 ja, wieviel Therma-Generatoren wollen wir denn noch bauen? wieviel haben wir denn? wir haben jetzt neun ne? hat man nicht ne gerade Zahl? nein, wir haben neun ok weil jetzt wollen wir überhaupt noch Christian Maigeneratoren bauen ja, ich will Neterleerpumpen oder wollen wir AKWs in die Welt setzen? ja, aber ich finde das cool, ich will das jetzt nochmal hier aufbauen auch ich hier nen gar nicht mehr cool, das ist irgendwie fällig mit den Dingern immer 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 fällig aber nur mit den waagerechten alle anderen, ja, stau, gefällt alter, gefällt ja, einmal in 20 Dinger, alles zu fehlt hey, hey, die Schnauze du hast irgendwie ne geile Deko dafür überlegen ja, du musst erstmal diese Pfosten da fällig machen ja, findest du die gut? ich, glaube, das habe ich mich nicht gewundert, warum ich noch nicht mit mir abgesprochen ja, ich will nicht wissen, dass die Käse ja, jetzt muss ich machen, weil jetzt schon hochgeboten wird sonst müssen wir alles wieder aufbauen ja, 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 drei, zwei, zwei Blöcke ja, aber dann wäre so eine so die Kante nicht besser ja, die war so oder so da die war im Grundrütz da ja, hä in dem Grundrütz, den wir gebaut hatten, war die Kante da und ich hab den nur hochgezogen ja, okay, dann noch so ja, geben wir mal das ein wieder eingesammelt, eins und seitdem sieht ja geil geiler ja, ich bin mal schlafen geschnitten alles Energie da schaue du kriegst auch ein Stack von und dann kannst du da auch mal die anderen haben wir noch Glas mal bekommen das ist nämlich auch richtig, dass sie das zu bauen 1,6, ich hab noch 47 ja, super bringt mir so viel bei dir ja, dann kommt noch zu Meier Tempel ja, ich muss jetzt Stromversorgung neu verkabeln äh du willst meine Stromversorgung neu verkabeln ich hab Angst natürlich wenn er muss nichts mit ihr na ja, bin ich ich überprüfe nicht deine Arbeit, weil man kann nichts überprüfen, ohne dass man da nicht ein Fehler wenn man das überprüft für den Markt wieder sehr viel schlecht ist, wenn man selber baut sehr fällig vor das lieb schon, wir machen Back-up-der-Vor und dann wir von Meister an mit machen boom eben drum wer das nicht boom macht ey, das ist voll assi, Alter ich muss mir irgendwie den Hover-Mode auf eine andere Taste setzen, damit ich mit dem Jetpack langsam fliegen kann das ist nämlich richtig scheiße Ups wollen wir bis ganz bis ganz nach oben, oder denke ich schon, ne ja wenn dann denn schon oi jetzt brauche ich Gears haben wir noch Gears oder haben wir dir noch geballert äh, ne, komm mal in die Tassenbelegung für den Mode-Switch-Key woanders hinweißschau dann kannst du so machen wie ich mit dem Hover-Mode dann fliegst du nämlich in dem Tempo hier, schau genau was Hover-Mode ist, so wie das geht schau dann fliegst du so und du fällst auch nur so runter ach wie heiß denn alles von alleine, das ist eigentlich ganz praktisch ich weiß nicht, wie der Hover-Mode geht du gehst in die Controls und machst bei Mode-Switch-Key irgendeine andere Taste hin überhaupt ich mach mal ne Pass, äh, parkier, ne ja, da ist M, die klickst du an und machst ne andere Taste hin weil M funktioniert nicht richtig 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 Ups neiße ah, das war in die Luft geflogen hoppala mutter hm ah, jetzt verstehe ich es was los was ist in die Luft geflogen? nix ist in die Luft geflogen, ich hab nur ein paar viele Zahnräder gemacht ah, ich hab mich in die Flamme gestellt das verschressenplatzieren, wir hätten den ersten Turm und dann das Feuer machen können, aber nein kann das Feuer cool aber schau, so baut es nicht wollen wir doch einen höher machen, oder? das müsste glaube ich reichen ach, das ist 1,2 oder nicht? äh, Kolben sollen eigentlich echt höher bauen aber das ist voll kompliziert wenn ich so ein bisschen so geht es so geht es so geht es aber das Lecker daneben wird so und wird die Paulin die Welt so ziemlich um die Wölzer Räder worden Klaas-Unden 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 ein Klaas-Unden Inter cooled so ist es so schne die Wörter 5 hole mach auch H Finland Kuin der Norway Händen ich mach hier Benson um ihre States Nick ja die Maj dürfen dortutter es ist sie machte Ritz weiter bis wir schaffen es die Konten Redstone drauf zu legen als ja und ich habe hier mal auf ohne eine reise weil ich war nicht nur ein Vorrat und Verbrauch weil wir brauchen die Torch ist viel weniger als alles andere von dem her ist voll der Verbrauch voll unnötig Schnelldaten also jetzt machen wir da ihr macht ein Dinger was das Spiel ist dann die Spitzen also einfach jetzt wird in der Drahtsetzen er hat die Dinger halt da was du in anderen Tum gebaut hast die Spitzen ist auch die Dinger hier drauf oder hier oben eine Riesenspitze die Spitze 4 sogar vielen Sitzungen der halt weil andere Tum gemacht hast nur eine Riesenspitze ohne Feuer ohne Feuer warum ohne Feuer geht nicht die Liederschein und ein ohne Feuer geht nicht die Liederschein mit Feuer ist auch richtig die Liederschein die die Frau geht das nun nicht für die Festung auf du oder wie bei den Ender-Tank du der Tank aber ein Ender-Tank mit Prozent mehrere Ender-Tanks mit einem einem an Ausgang haben das Bisschen Blöden ja aber auf dem einen Ausgang kann trotzdem halt nicht mehr raus wie man aus wenn man den Boden auch aus diesen Muster zu lohnen auch nö wir haben bestimmt keine Lohn mehr oder und dann ist so rein in die Hölle und klatschen gut doch noch drei ich brauche aber vier rückwärts ich bin anfangende Lohenst und vor allem aber ich habe alles wichtig doch hier oben können wir auch seit was wir mal die hat es gibt keine Ausbildung für die auch wieder ich schütze du bist hart am und den Modus ändern ist so abgepackt aber auch ein paar ein Bauch halbiert heute mit dem Lohnblähen er macht doch Musik geht's ja auch Kannst du ganz alleine, glaub ich Und jetzt muss da einen noch irgendwie geile Spitze drauf Ähm Waypoint Home, äh Et Oah Ja Aber das hat noch sa über Der Es geht weiter Nein, nicht einmal guter will nicht mehr mit uns spielen von wir wollten Redpoint setzen damit ich viel aus der Hölle finden dann ist das gegeben ich habe das Ding an ich meine Welt ganz auf die neue IP umgelegt nicht genau das passiert doch als hat es K 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 nicht seitlich schnell nicht benötigen bei den vorm komplexen Maschinen annehmen ja weil ich bin der Terminat ach du scheiße schwarzes Gelette so ist ein Wurzer-Skelette die Trocken manchmal schwarzes Blitzkipfel mit denen kann man den Wurzer bestören ja genau weil wir das jetzt machen ich hab grad gesagt mach's nicht ich wollte grad sagen ich hab zwei Köpfe ich hab ja nur nur zwei Kohle gefunden du brauchst drei Köpfe du wirst dann wieder bei uns Maja glänzen taugeln als Geschützer ja ja hat echt was geil Foto lass machen gehst den Teppel rein machst die Tür auf plötzlich steht ne Wüffer vor dir hübsch und so ist es nicht ist den Krieg sei nie so schnell Tode eingelegt oder so megamäßig viel Schaden macht deswegen ist und mein Kindermarkt in der Hölle diese Ebergeber fest damit man ihn töten kann bevor er mega viel Schaden macht und in der Hölle ist nämlich der Schaden ziemlich egal Foto Maka zur Sätze von dem Tor und schon wieder abgeschmiert jawohl was läuft denn heute jetzt was ist es also würden sie machen durch was okay oder siehne andere ich dachte jetzt geil aus ich müsste vielleicht ein bisschen mehr als so spitziger sein es so spitziger das ist so und das Problem ist das und das ist ja noch länger nach oben ziehen oder was oder von breiter anfang und dünner werden bei Anfang und dünner werden ok so aber das machen wir nicht folgt bei mir weil es die Gleits nebenbei ich weiß nicht und äh ja bis jetzt endlich mal zurück in der Folge von Takeit Light tschö бан So messenger 001